. Brandkatastrophe in Einkaufszentrum. 37 Tote vermutet. Das Feuer nahm mehreren Personen das Leben. . Dafermenis nach einem Brand in einem Einkaufszentrum in Dafer auf den Philippinen befürchten die Behörden, dass dabei 37 Menschen ums Leben gekommen sind. Lasst uns für sie beten, schrieb Vizebürgermeister Polo Duterte am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. . Die Feuerwehr habe ihm zuvor berichtet, dass es für die Vermissten keine Überlebenschance gebe. Das Feuer war am Samstagmorgen in der NCCC mal auf Dafa ausgebrochen, zahlreiche Menschen wurden von den Flammen eingeschlossen. . Der Brand war kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums in einer Möbelabteilung im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. . Über die Brandersache gab es der Polizei zufolge auch am Sonntag noch keine Informationen. . In der NCC Malinda verbrannte es. .